Liebe Erdingerinnen und Erdinger, lange hat es gedauert, aber ein ganz wichtiger Baustein im Radwegenetz der Stadt Erding befindet sich hier hinter uns in der Bauphase. Nach über 20 Jahren packen wir nun also hier an, von Eichenkoven nach Berglern die Radwegeverbindung, aber auch den Ausbau als Wirtschaftsweg für die Landwirtschaft nach vorne zu bringen. Wir diskutieren also nicht nur Radverkehrskonzepte, sondern wir setzen auch um. Und ich setze darauf, dass wir nicht nur das Thema Verkehrssicherheit, sondern immer mehr auch dieses Tourismusthema, die Fahrradregion Erding, damit positionieren können. Der Stadtrat von Erding hat hier richtig entschieden. Und was das Allerschönste an dieser ganzen Maßnahme ist, dass wir darüber hinaus aus unserer großen Geschichte der Stadt vieles ausgraben können, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, dass nämlich auch die archäologischen Arbeiten interessanteste Dinge zu Tage bringen. Also rundum eine Erfolgsgeschichte, auf deren Ende wir uns freuen.